Zinoweg Mini Pipe Symbol 300 BX Pipe Symbol Ortskern mit Leuchtturm Zinoweg, Deutschwald Dieveno auch Klein Dieveno, ist ein Ostseebad in Polen in der Wollwotschaft Westpommern an der Treptor-Küste an der Pommerschen Bucht. Im Süden fließt die Ziefner vom Stetiner Haff, die sich hier zum Kaminer Haff verbreitet. Hintergrund der Ort ist recht klein und überschaubar. Er eignet sich daher vor allem für Touristen, die abseits des großen Rummels nach Ruhe und Erholung am Strand und in der Natur suchen. Anreise Zinoweg ist über die Inseln Ustedor, Montwolin oder über Stetin und das polnische Festland erreichbar. Mit dem Flugzeug bei Stetin gibt es in Golenjow einen internationalen Flughafen, RAT-A-Code, SZZ. Die Anreise mit dem Flugzeug ist über den Flugplatz Heringsdorf möglich. Längere Reisezeiten, etwa vier Stunden, sind ab dem Flughafen Posen erforderlich. Mit der Bahn Die Anreise mit der Bahn kann von Deutschland aus über Wienemünde oder über Szczecin erfolgen. Der Ort hat keinen Bahnhof, sodass am Ende in der Regel der Gastgeber oder ein Taxi den Gast zum Beispiel aus Trebiato abholen wird müssen. Betrieben wird das polnische Schienennetz von der Staatsbahn PKP. Bahnfahren ist in Polen sehr preisgünstig. Mit dem Bus zahlreiche Busunternehmen bieten von Deutschland und Österreich Busreisen nach Stetin an, zum Beispiel Sintbad, Eurolines, Touring, Omnia. Von Stetin aus fahren preisgünstige Überlandbussen nach Mietzivaziel. Neben der staatlichen Buslinie PKS existiert ein zahlreiches Angebot durch private Anbieter. Auf der Straße das Straßennetz um Zinowek ist gut ausgestattet. Der Ort liegt an der Küstenstraße Wollwotschaftsstraße 102 und an der Wollwotschaftsstraße 107. Im Ort treffen beide Wollwotschaftsstraßen aufeinander. Die Anreise aus Deutschland ist über Berlin, Stetin oder die Inseln Usedom-Worlin möglich. Mit dem Schiff der Ort selbst hat keine Anlegestelle. Wer mit einem eigenen oder gecharterten, Segelboot kommt, kann in den benachbarten Badeorten anlegen. Zu Fuß der Fernwanderweg Europäischer Fernwanderweg E9 führt an der Küste Ort. Vom Haff kommt der blau markierte Haffweg. Fahrer der Ostseeküstenradweg führt an der Küste zum Ort. Vom Haff kommt der blau markierte Haffanradweg. Mobilität Den Ort kann man recht gut zu Fuß erkunden. Sehenswürdigkeiten Die Hauptattraktion des Ortes ist der Sandstrand. Aktivitäten Die Hauptaktivität des Ortes ist das Sonnenbaden und Schwimmen. Einkaufen Die Einkaufsmöglichkeiten im Ort sind auf den täglichen Bedarf und kleinere Souvenirs beschränkt. Zum Shopping sollte man nach Stettin oder Kohlberg fahren, da dort die Auswahl bedeutend größer ist. Küche Küche aufgrund der Nähe zum offenen Meer, aber auch zu Binnengewässern, sind Meeres- und Süßwasserfische Hauptbestandteil der regionalen Küche. Nachtleben Die Ausgehmöglichkeiten im Ort bescheiden, es gibt ein Kino und mehrere Restaurants. Nachtschwärmer werden nach Stettin oder in eine der benachbarten größeren Städte fahren. Unterkunft Mehrere kleinere Hotels, fremden Zimmer und Pensionen sind vorhanden. Lernen in der Region kann man unter anderem einen Segelschein machen. Arbeiten für deutschsprachige Touristen, die einen Ferienjob in der Region suchen, bieten sich Gelegenheiten in der Touristik und Gastronomie. Die Bezahlung dürfte jedoch nicht deutschen Verhältnissen entsprechen. Sicherheit Die Ostseeküste fällt in der Regel unter Wasser flach herab und es gibt kaum Gezeiten oder unvorhersehbare Strömungen. Das Baden ist also auch für Familien mit Kindern in der Regel sicher und Badeunfälle sind selten. Wenn es doch zu Badeunfällen kommt, ist meist ein übermäßiger Alkohol- oder Drogenkonsum mit im Spiel. Wer sich jedoch an die allgemeinen Baderegeln hält und nicht bei hohem Wellengang ins Wasser geht, hat kaum etwas zu befürchten. Gesundheit Wer in Deutschland oder Österreich gesetzlich versichert ist, kann eine ärztliche Behandlung in Polen problemlos in Anspruch nehmen und die Kosten werden dann von der eigenen Krankenkasse erstattet übernommen. Grundsätzlich braucht man hierfür das europäische Krankenkärtchen-Eheg. Reist man zur Zahnbehandlung nach Polen, sollte die Kostenübernahme mit der deutschen österreichischen Krankenkasse vorab geklärt werden. Die Versorgung mit Apotheken ist recht gut und viele Medikamente sind in Polen günstiger als in Deutschland. Rezeptpflichtige Medikamente erhält man nur gegen Vorlage eines ärztlichen Rezepts. Am besten klärt man vorab, ob die gewünschten Arzneimittel in Polen rezeptpflichtig sind und holt sich vorab ein Rezept eines polnischen Arztes. Ärzte und Apotheker in Polen sprechen in der Regel sehr gut Englisch, einige auch Deutsch. Welche Ärzte oder Apotheker Deutsch sprechen, kann man bei der örtlichen Ärzte- oder Apothekerkammer erfragen. Klima In der Region herrscht ein Übergangsklima zwischen maritimem und kontinentalen Klima. Die Niederschlagsmengen sind geringer und die Temperaturschwankungen höher, wärmere Sommer, kälter Winter, als an vergleichbaren Küsten in Westeuropa. Ausflüge Wolin-Nischotze-Zinokämien-Pomossi-Kollberg-Stettiner-Haff Ausflüge Wolin-Nischotze-Zinokern Ausflüge Wolin-Nischotze-Zinokern Ausflüge Wolin-Nischotze-Zinokern Ausflüge Wolin-Nischotze-Zinokern